Hallo und Willkommen zurück bei Self-Hallorist Hallo Ähm, Alter Oh, Alter, was war da? So, danke fürs Zuschauen und das war's Was war das jetzt? Was war das jetzt? Ja, jemand schreit, Alter, guck ich Kann das sein, dass der Baum immer ausgeleuchtet ist? Dass der immer leuchtet Kann das... Da ist doch ein Stern dahinter oder sowas Ich weiß das nicht Sieht da jetzt nix Scheiße, jetzt müssen wir wieder die Nacht über warten Eigentlich, das ist voll kacke Darum wollte ich ja auch das Bett bauen Ja, ich weiß, aber ich mein ja eben, jetzt müssen wir warten, bis wir das Bett zu Ende bauen können Was braucht denn noch? Nur noch... Hast du Fleisch reingetan da? Ja, aber ich hab's gegessen Schon letzter Folge Ja, tu ich jetzt mein Fleisch auch mal rein Weil ich hab Hunger Was ist das da unten eigentlich? Ist das, ist das Das würde mich jetzt interessieren Warte, Inventar, das hab ich bestimmt Ach, um Energy zu kriegen Die Flaschen, das sind Alkoholdinger Ja, Energydinger Was macht man eigentlich mit dem Skull? Es ist ja einfach nur ein Totenschädel Crafted Crafted Also mit irgendein... Irgendein Sperr kann man craften Ein Club Ein Club 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 Ich schau mal nach Mit irgendeinem was schönes Craften kann Rival Guide Bitter Resort Arrows Alter, ich hab's... Alter, ich hab's zu Tromben bauen Ionatov Cocktails kann sie aber Ja, ich merkste aber schnell Ich weiß nicht... Ja, Entschuldigung Ähm... Jetzt pass auf Hm... Was ist das eigentlich so? Stickmarker? Für... Was ist das? Hölle Ach da Was ist das? Hast du ne Ahnung was das sein soll? Ah, cool! Hm? Hm... Was man alles machen kann Man kann so'n Beutel für Bären machen So'n Beutel für Wasser Rope Alter, wie... Alter, was war das jetzt? Pfff Hahahaha 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 Ahhhh Man... Man kann Seile machen, wenn man Kleider kombiniert, man Oh mein Gott, nicht dein Ernst Geil Oh Gott, man braucht aber ziemlich viel Kleidung Das ist ein Faktor Rapid Käfig Water Holder... Water Collector haben wir Drying Rack Da könnte man das Fleisch trocknen, glaub ich, oder? Damit's nicht schlecht wird, oder so Ich weiß ja nicht Und ein Garten Mit dem Garten können wir auch mal ausprobieren, ob wir da was äh... Zaubern könnten Mhm Aber ich versuch jetzt mal so ne Wasserflasche zu machen, glaub ich, für mich Das ist ne Idee, ja Upgraded Spear Drei Knochen und zwei Kleidung Hab ich Knochen? 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 Habe ich irgendwelche Knochen aufgenommen? Ich glaub nicht, ne Schade Ich glaub, dann musst du die verbrennen Ich glaub, dann kriegst du die Knochen Ah, ja, stimmt Oh, ich... ich bin... durchstück Ja, hm, hm, hm Ey, mach das Licht aus, was ist denn das? Entschuldigung Fehler Oha Wie schaut's denn aus? Hä, wieso ist das Lagefeuer? Ach, uns ist Holz ausgegangen Ach, wir brauchen wieder Sticks Ach, schade Das hält aber nicht lang das Feuer Naja, gut, das hat ich schon ziemlich lange gehalten Aha, hm, hm Brauch noch nen Reh irgendwo Ach, Alter, jetzt dachte ich schon Was ist denn das hier draußen? Das ist n Stickholder Was brauchst du hier draußen? Das ist n Stickholder Das ist n Stickholder Ah, das Stickholder ist gut, ja Ach, Alter Ich glaub ich hab paar Toll, ich hab genau einen Stick bekommen Wo sind die hin? Guck, der Baum ist doch ausgeleuchtet Guck jetzt doch mal hin Das kann's doch nicht sein Ja, stimmt schon Der leuchtet leicht Der haben bestimmt irgendein Feuer angezündet Oder so, Alter, ich brauch... Scheiße Wir können ja irgendwann mal hinschauen Aber ist von... Wo war denn der? Na ja Das waren mehrere Ich glaub das waren drei... drei Stücke oder so Schon wieder hungrig, Alter Wie viel frisst denn der meiner? Hm, hm Wir gehen langsam die Snacks aus Ja So, wo ist denn die blöde Falle? Wo hab ich die hin, Anton? Okay, komm weg Ah! Äh... Ich hör's schon wieder so schreien Das ist ganz komisch Oh! Oh mein! Was war das? Okay, der Stickholder ist fertig Sehr gut Und das Feuer brauchen wir noch einen Stick Dann haben wir's auch Oh! Oh, Alter! Der Vogel hat mich jetzt erschrocken Ja, die Vögel erschrecken mich die ganze Zeit Ach, hast du die zwei, äh... Äh... Das sehen wir ja dann Ansonsten müssen wir mal eins bauen So, machen wir erstmal wieder ein bisschen Feuer Äh... Hä? Da hinten leuchtet jemand Ha... Siehst du das? Komm mal schnell her Hat der ne... Hat der ne Fackel in der Hand? Da hinten? Ist verschwindet er glaube ich Äh... Irgendwann haben sie glaube ich so Fackeln Oder... Oder einer leuchtet sogar Der hat so ne komische Taschenlammer auf dem Kopf Ja... Da war glaube ich gerade einer Ist verschwindet so Jetzt ist er weg So... Ja... Jetzt wird's eh wieder hell Gott sei Dank Ich glaube wir haben hier echt leichte Probleme bei Mooney Das ist hier echt weil... Wir müssen uns echt doch vielleicht was anders suchen irgendwann Ja... Ich sag nicht dass die scheiß Falle jetzt beschädigt worden ist nur weil dieser Baumsturm drauf geflogen ist Das kann schon sein Bick dich Naja er ist wieder repariert Ja... Aber ich weiß halt nicht soll man... Muss man irgendwie nen Köder reinhauen oder so? Nö... Normalerweise einfach nur irgendwann mal... Irgendwann mal läuft deine Nase rein Wenn du das sagst Ja gerade viele Sticks kannst du da nicht eine Dorne Hätte ich vielleicht doch das... Hätte ich vielleicht doch das große bauen sollen Verdammt Woah fuck Shit Ich werd angegriffen Hilfe Ja ich bin da ich bin da Das ist mal einer den holen wir uns Ich ver... Alter Mann Ne er ist weg Ich schau hier gerade mein Büchlein Dann kommst immer ne Wenn du nicht kommst Da ist er da Hilfe Bist dich du Komm jetzt her Was? Jetzt lachst du so kommischer? Was lachst du so? Was lachst du so? Ach Zack Ich denke schon oder? Ich weiß es nicht Ich sammle grad paar äh... Sticks zum Feuern weißt du? Ja okay ja Damit wir immer was zum Feuern haben Damit wir immer was zum Feuern haben Weil wir müssen unbedingt mehr essen Irgendwo Fleisch sammeln oder so Und eigentlich der... Erstes ist das Bett Wir räumen unbedingt die Hasen Wir müssen jagen gehen jetzt Ja Das ist fast... Das ist fast wichtiger Weil ich hab keinen Bock noch in der Nacht da zu bleiben Hä ich hab keinen Bock... Könnt noch nen Garten anlegen aber naja Komm jetzt gehen wir mal ein bisschen jagen Ich muss jetzt unbedingt was essen Marker Woods Target Verdammt Wies brauche ich Ja man kann ein Glitterseil bauen Cool cool Animal Trap Leaf Pile Trap Wieso macht dann leider immer automatisch dieses Feuer zögern? Entschuldigung Ich drück immer auf Q Weil dann gehts auch weg Könnt ich jetzt irgendwo nochmal ne Falle bauen Was hast denn du da gebaut? Was soll denn das sein? Ja das soll eigentlich der Hasenkäfig Hasenfalle sein aber irgendwie Das ist doch keine Hasenfalle Das ist ein Hasenkäfig Alter Du bist zu dumm Das ist ein Weiß nicht Ob ich vielleicht lieber den Animal Trap Hätte bauen sollen Hast du den Rabbit Cage gebaut? Ja Du bist so Ach Cage Ah ich bin ein Idiot Ja da da Ach nee Da tut man Hasen reinstecken Ja wenn du eins gefangen hast Ja Ich find grad die Falle nicht Ups Ich such sie grad aber ich find sie gar nicht Ich hab sie vorhin gehabt Ich hab sie Animal Trap Was soll ich denn hinbauen? Dass wir das wiederfinden Auf die Lichtung da? Lekomative Skull Aha Soll ich sie auf die Lichtung stellen diese Falle? Ähm Glaubst du das bringt was? Oder soll ich sie lieber mit dem Wald reinstecken? Ja Alter wieso macht der immer dieses Feuerzeug an? Ich will das nicht Alter komm mal her Hilf mir was soll ich machen? Wie geh ich dieses Feuerzeug weg? Auf drück mal auf L Ohne P Ohne P Mit P Ah ne P habe ich jetzt Scheiß alter die Musik wollte grad starten Ja Ah ja auf L Soll ich das auf die Lichtung packen Oder einfach mitten in den Wald? Hast du da irgendeine Ahnung? Ja ich bin das mitten im Wald hier so Hier so irgendwo Vielleicht Hoffentlich finden wir's dann wieder Gut Ähm 33 Ach du Was ist alter? Der sieht vom fetter aus der voll die Rüstung man Der hat der CD so lang Hattet ihr der voll stark man Alter Sind die noch welche? Ne Man das ist schon komischer Typ Der wär echt voll stark man Also tagsüber hätten sie's ruhig machen können dass sie dich nicht angreifen ne Also gar nicht. Das nervt mich jetzt. Was war das jetzt? Naja, wir brauchen jetzt Sticks um die Falle dazu. Ja, ich bin ja schon dabei, das zu bauen. Chill mal dein Leben, ja. Das ist doch schon fast fertig. Da liegen noch was, Dicks. Soll ich diesen Stein aufreißen? Diese Steine, die nerven mich so. Weil fehlen noch? Einer fehlt noch. Sehr schön. Ach, da ist ein Totem. Ich mach das mal kaputt, ne? Alter, was da nicht alles rauskommt. Halleluja, du. Welches Totem? Da ist eine Spinne wie. Siehst du die? Direkt unter deinen Füßen. Die krabbelt da durch deinen Füß grad. Direkt. Da, siehst du die nicht? Direkt hier. Die krabbelt vor mir. Ne. Kill sie. Man kann sie nicht töten. Das hab ich schon mal probiert. Oh. Oh, das wollte ich auch grad machen. Wo war hier ein Totem? Nein. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab gern mal gesehen, wie ein Totem ausschaut. Naja. Ja, du weißt doch, wie so ein... Das, was wir vorhin beim Baum auch hatten mal. Ach so, wie soll man das eigentlich kaputt gemacht? Naja. Ach, ich kann keine Sticks mehr mitnehmen. Ah, da ist ein flammes Reh. Ein Ball-Riege. Vielleicht sind wir echt noch ein bisschen Fleisch sammeln. Ja, ich so ein Fleisch-Trockner oder sowas. Okay, ich kann auch keine Sticks mehr nehmen. Ich bin so scheiß im Sperre. Das erste Mal hab ich's gleich hinbekommen. Jetzt bekomme ich's einfach nicht mehr gebacken. Kann du uns nicht... Äh, Ernst. Sollten uns jetzt mal auf Hasenjagd machen, weil... Ach, scheiße, das Ding ist voll. Ja, ich hab's erwischt. Danke. Mist. Komm her, du scheiße. Ich muss das daneben hin. Das ist voll klug jetzt. Ich bin jetzt voll klug. Jetzt pass auf. So. Ich hab Fleisch. Alter. Also mit dem Menü da find ich mich überhaupt nicht so richtig. Ich klick da einfach nur durch wie so ein Behindert. Ich auch. Also mit dem Craft-Ding. Das ist echt unübersichtlich. Alter, so. So. Alter. Alter! Das sind die Dinge aber von oben gefahren. Wieso bekann da doch die Musik von alleine? Scheiße. Was ist das? Jetzt geht's aus. Hat einfach begonnen. Jetzt nehmen wir da welche raus. Und hauen die da rein. To the rope. So. Voll klug bin ich gerade. Zack. Äh, was hab ich gemacht? Wenn ich das kaputt mache. Nein, was hab ich denn gemacht? Jawohl. Man kann Sachen zerstören. Was ist das jetzt im Ernst? Ich bin ein Idiot. Wieso? Was hast du denn gemacht? Ja. Ich hab jetzt Handschuhe gemacht. Aber ich... Was Handschuhe? Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alter. Jetzt jetzt. Sechs. Alter. Jetzt übertreiben. Zwei schlafen. Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah ja. Oh, na die Waldfee. Sieben. Ah, Mann, 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 Mann. Deshalb ist es nicht geplant. Naja. Das ist langsam. Naja, so. Ich mein ja nur. Entschuldigung. Ach so. Ach. Okay. Falsche Taste gedrückt. Ich brauch jetzt wieder Reh. Ich hab jetzt Handschuhe gemacht. Das frieh ich nicht mehr so leicht. Reh. Reh. Nein, nein, nein. Bleib da. Die ist immer zu spät und dann laufen sie schon wieder weg. Alter, ich hau grad die Dinge. Ich glaub, die kleinen Büsche da, das sind auch Bäume, die nachwachsen. Kann das sein? Kann sein, ich weiß nicht. Kann ich das kaputt machen? Oh, ja, nice. Richtig geil. Schön. Schönes Ding. Oh, oh. Ist einer. Willkommen zu Besuch. Okay, ich bin weg. Den hol ich mir. Ich lass dich allein. Oh, das sind zwei. Ich verpiss mich. Boah, die sind so schnell. Oh, scheiße, die holen mich ein. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hilfe. Ich brauch Hilfe. Nein, ich bin grad beschäftigt. Weck dich. Oh, wir sind zwei Rehe. Ja, komm, die holen wir uns mit. Boah, sie sind vor dir. Du blöder Sack. Alter, ich will hier leben wegen dir. Oder? Ich weiß doch gar nicht. Also, glaubt die da hinten? Da. Da sind die zwei. Ah, ja, ich seh's. Scheiße, wir sind hier echt so ein Spaziergang... Gang... Spazierweg sind wir dem Weg. Töte sie. Töte sie. Ja. Der war jetzt gut. Ich muss wieder was essen. Echt, das ist so scheiße. Er braucht aber echt viel zu essen, der Typ, ja. Ja, alter. Dafür, dass es so weinig ist. Nein, bleib da. Ja, also dafür, dass er denkt... Ajo, eigentlich so... Eigentlich bin ich so gestrandet, ich muss ein bisschen... Das ist wieder so ein fetter Baum, ne? Das seh ich grad so mal. Äh, cool, ich hab ne neue Waffe. Was ist das denn neu? Mit ner Hand und mit nem Kopf. Oh, okay, okay, okay. Eklig. Da ist es re... Bleib halt da, du scheiße. Du bleibst da, du bleibst da. Scheiße, geworfen. Da ist voll nochmal so ein Baum, nenne ich, dass der auch heilig ist oder so? Glaube ich nicht. Das Rehes kommt mir vorbeigelaufen. Ah! Da ist noch ein Reh. Das sind... Ah, hier sind voll viele Rehe. Ja, aber nicht wie oft ganz daneben. Ich hab's nicht drauf. Naja, aber wenn die bei so zu sprinten, kann ich's natürlich auch nicht. Das ist krass, jetzt. Reh, 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 Reh. Hatten wir eigentlich... Hatten wir eigentlich... Hatten wir eigentlich... Was ist denn seine Folge? Hatten wir die Folge eigentlich irgendein Ziel? Äh, nein. Ach, die Falle, die geht automatisch irgendwann mal runter. Okay, da war jetzt nichts drin in der Falle. Da. Reh. Jawoll. Hast du's? Schönes Ding. Stirb. Natürlich ganz nett sehe ich Reh. Ah, ich kann das Fleisch nicht mehr aufnehmen. Komm mal her. Oh, da ist noch ein Reh. Bewegt dich nicht. Komm mal her, bei mir liegt noch Fleisch rum. Das kann ich nicht mehr aufnehmen. Jawoll. Warte, ich hab... Ich hab... Äh... Das Reh noch... Ich hab auch noch ein Reh erwischt. Sehr gut. Wo bist du? Da hinten. Wo bist du? Hier. Ja, du siehst ja, wo ich bin. Da, siehst du es? Ja, ich hab's. Sehr gut. Hä? Haben wir wieder genug Fleisch zum Grillen? Ach, nee, ich hab's nicht. Ich hab's wieder fallen gelassen. Ja, du kannst es auch nicht mehr aufnehmen, okay? Nee, scheiße. Scheiße. Kann man das hier irgendwo lagern, das Fleisch? Ja, aber man kann so ein... Äh, so ein Trockner-Ding holen. Ah, komm mal her. So ist unlogisch. Da kommt man in die Höhle rein mit einem Seil. Da könnte man es abseilen. Ah, ich würde das jetzt nicht machen. Würde ich jetzt in deinem Fall... Ich weiß nicht. Jetzt schon. Lieber nicht, oder? Hm, aber gut zu wissen, dass hier sowas ist. Kann man dann echt mal erkunden gehen, dann? Ich muss was trinken. Und essen. Ich muss beides. Ja, ich glaub, ich trinke jetzt auch mal wieder was. Es hat aber lange nicht mehr geregnet. Wir haben da was... Da ist nix mehr drin. Oh, nein. Ich muss was essen. Ich hab noch eins. Okay, wir können jetzt Feuer machen und dann einfach... Ich würde mich interessieren, ob es am Tag dir auch anlockt. Das wäre jetzt interessant. Also da hau ich jetzt mal ein Stück Fleisch rein. Kann man doch irgendwie anders Wasser sammeln? Muss man mal gucken, ja? Wir haben einen Topf irgendwie... Wasser... Ich weiß nicht. Abkochen. Vielleicht... Ah! Das gibt's ja auch Seen. Vielleicht kann man da das Wasser abkochen. Also so... Teiche, Flüsse oder so. Ah, mhm, mhm, mhm. Wie lange müssen wir noch... Wie lange geht die Folge schon? Ja, die 20 Minuten, die sind schon wieder, glaub ich, ziemlich bald erreicht. Setup Camp. Ähm. Scheiße, ich muss was essen. Ich kann nicht... Achso, ich hab ja grad was auf dem Grill geworfen. Äh. Feuer... Hä? Ja, Lager. Feuer, Feuer. Feuerdings. Zwischen essbar? Jawoll. Jawoll. Ist das andere. Da liegt was. Gulllamp. Alter, ich kann ne... Äh... Schädel-Lampe machen. Das ist Gulllamp. Deine Lampe. Ribbit Skin. Alter, hier sind aber kaum Tiere, ne? Ich find hier keine Tiere. Nur, nur Rehe. Lockslet. Ach geil. Man kann ja so ein Ding bauen, ne? Wo man dann mehrere, äh... Baumstämme reinhauen kann. Das ist so ein Schlitten. Ja, so ein Lockholder. Ist ja schon wieder kein Kaninchen drin. Ne, kein Lockholder, sondern so ein Schlitten. Da kann man in den Wald reingehen und mehr rein schieben. Ja, das hab ich doch gesagt. Das mein ich auch. Okay, okay, okay. Hey, wie kann man das, äh... Wieder... Achso, da braucht man einen Stick für. Glaubst du, wir sollten vielleicht nochmal einen Water Collector bauen? Das, wenn es dann mal regnet, dass wir ein Quasser haben. Ja, das wär... Ach, ich hab das Fleisch jetzt mitgenommen. Ich hab's wiedergefunden. Soll ich's neben den anderen bauen, oder woanders? Ich hab die Falle mal wieder, äh, äh... Aufgestellten, weil die war wieder kaputt. Ja. Irgendwie geht die ganze Zeit kaputt. Wieder nix drin gewesen. Ne. Ja, ich baue's einfach nochmal da hin. So. Ich seh hier aber auch keine Rabbids, ne? Hast du auch noch einen Schildkrütenteil? Na, warte, behalt's erstmal. Ja, ich hab auch noch einen Schildkrütenteil. Ich glaub... Glaubst du, zwei reichen, oder sollen wir noch einen Tritts bauen? Ja, ich weiß nicht. Lassen wir jetzt mal zwei. Weil, wenn wir irgendwann umziehen, dann... ...bräuch' wir's vielleicht immer noch. Ja, eben. Ich geh grad ein bisschen tief in den Wald rein, in der Hoffnung, dass ich... ...und da laufen sie wieder, ich bin weg. Alter, ich komm mich... ...ich find hier immer nicht so gut zurecht. Wo waren halt diese... Da kommen sie, Achtung, helf mir, helf mir, helf mir, oh mein Gott, zwei, zwei, zwei. Ich brauch deine Hilfe. Braucht die Axt? Nein, ich... Jetzt laufen sie wieder weg. Die haben wir nicht gesehen und haben gesagt, oh... Hä, ich schau mal meine neue Öff an. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Was hast du für Waffen? Ich hab die Waffe von dem Typen da, der grad vorne steht. Ich glaub, kann man die irgendwas bauen, um die ein bisschen abzusch... Äh, die klettern jetzt auf Wäume. Siehst du den hinten? Scheiße. Da ist ein Rabbit! Da ist ein Rabbit! Nein, jetzt ist ein Rabbit! Die sind zu viert. Oh fuck, Alter, der Stock. Nein, ich hab keine Ausdauer mehr, ich kann nicht mehr schlagen. Das stimmt nicht. Ich töte die Frau jetzt. Er ist tot? Das war die Frau. Die lebt immer noch. Alter, die hat ein Website, das ist ja... Holy fuck. Alter, die können wir den... Alter, die sind die gerade kleiner geworden? Hier, ich glaub... Oh! Hä, was war das jetzt? Okay. Okay. Da war ein Rabbit, Mann. Scheiße. Jetzt würde es mich interessieren, ist da ein Rabbit reingelaufen in unsere Falle? Weil das ist direkt in Richtung Falle. Das... Das ist ein Rabbit! Und jetzt ist... Ja, wir haben einen! Ja! Ne, das ist ein Eichhörnchen. Äh. Aber ein Rabbit ist grad bei mir vorbeigelaufen. Scheiße. Da hinten ist ein Rabbit. Alter, das sind die Finger... Die Finger schnell, Mann. Ah, da ist ein Reh, da ist ein Reh, da ist ein Reh. Ich hab's natürlich da wunderschön verkackt. Bleib mal kurz stehen, Reh. Mann, da war ein Rabbit, Mann. Und dann war die Falle zu. Jawoll. Kannst du dieses Fleisch aufnehmen, weil... Scheiße. Oh. Wo kommt der hier? Ich verpiss mich. Du blöder Wichser, helf! Na, obwohl, das schaffe ich gar nicht. Da ist schon wieder ein Rabbit. Das kann nicht sein. Immer, wenn ich kämpfe, sehe ich ein Rabbit. Alter, der hat mich voll getroffen, der ist fast. Alter, der hält so viel aus, Mann. Ich komm zu dir. Er ist tot. Alter, ist immer noch diese Rabbit. Warte, ganz leise. Hier ist irgendwo ein Rabbit. Ähm. Scheiße. Kann nicht sein. Jawoll. Ich kann jetzt endlich Wasser mitnehmen. Eine Water Brotel. Geboot. Oh, das sieht richtig geil aus. Es sieht auch geil aus. Es sieht immer ein Rabbit, wenn ich kämpfe. Es kann es doch einfach nicht sein. Oh, da sind Linksticks. Skin Racket. Aha, okay. Ja, ja. Berry Park to Rabbit Skins. Okay. Also, wir dürfen uns nur nicht verlaufen, ne? Nicht, dass wir wieder nichts nach Hause finden. Weil, ist bei dir irgendwie unsere Heimat markiert? Nicht, ne? Ja. Ach, wir sind blöd. Oh mein Gott. Wir sind so dumm. Was denn? Warum bauen wir eigentlich ein Bett? Wir hätten doch einfach nur ein Hunting-Scholter, äh, so ein Ding noch reinbauen können. Da kann man, glaube ich, auch die Zeit überspringen. Was? Was würdest du? Ja, so ein kleines Lager. So ein... Mit Steckgarten, weißt du? Ach so. Mann, ich brauche wieder was zu trinken. Ich glaube, das dauert ewig, bis wir so ein... Und es wird jetzt schon wieder dunkel. Okay. Alter. Tut mir leid. Sollen wir erstmal wieder was essen hier? Mit sowas hier. Das mache ich jetzt schnell. Da baue ich schnell eins wo hier her. Okay. Alter, wieso redest du das Ganze halt mit einem Hockitocki? Entschuldigung, ich habe jetzt nicht gecheckt, dass ich es ausgerüstet habe. Das ist natürlich so leicht dunkel, oder? Oh mein Gott, ich brenne. Oh mein Gott, ich brenne immer noch. Alter, war das knapp. Alter, ich habe kaum noch Leben, Mann. Jetzt wird es hier langsam eng hier drin. Ich meine, es ist jetzt ernsthaft. Hast du eigentlich Rapid Skin jetzt, oder nicht? Nee, aber ich habe eine andere Idee, wie wir schnell was machen können, damit wir springen können. Soll ich das jetzt wieder abreißen? Nein, lass es, lass es. Das brauchen wir vielleicht gar nicht. Jetzt pass auf. Ich hole noch ein paar Sticks hier. Alter, jetzt über drei. Jetzt wird das ganze Ding leer. Und da kann man schlafen und schlafen. Speichern ist gut. Wollen wir die Nacht überschlafen? Ich erstmal wieder wasche mal was. Wovor es schlecht wird. Ich finde das Bett ist ein bisschen schöner und komfortabler, denke ich. Es geht mir nur darum, dass wir die Nacht vielleicht überpennen können, beziehungsweise. Ich brauche unbedingt, wir brauchen mehr Wasser. Wir müssen irgendwie trinken. Also bei mir geht es mit dem Wasser. Ich brauche nur ein bisschen Medik. Medik. Medikin. Wollen wir jetzt pennen gehen, oder nicht? Ja, wir können eigentlich mal die Aufnahme überwenden, fällt mir gerade so ein. Ja, die sonst könnten auch langsam wieder. Ja, ich glaube, wir sind schon drüber. Ne, 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 ne. Ich glaube, es sind drüber, sind wir noch nicht. Nicht? Okay. Ne. Hm. Ich kann auch diese Runde 25 Minuten machen. Pennen wir einfach mal und dann, ja, weißt du was, wir pennen jetzt einfach mal. Beide, komm. Z. Ah, du wirst, ich speichere mal kurz auch. Ich weiß nicht, ob es reicht, wenn du nur speicherst. Ich bin mir gerade dran. Ne, ja, speichert du auch. Okay. Jetzt ist schlafen. Z. Ja. Funktioniert. Hier, hu. Ja. Oh. Geh kaputt. Achso, vielleicht ist es so ein Weg. Achso, man kann es nur eine Nacht hernehmen. Okay. Na gut, aber mit Sticks geht das ja schnell. Ja, eigentlich schon. Da brauchen wir halt. Ich glaube, das bleibt eben. Genau deswegen. Das war jetzt eine gute Idee, glaube ich. Jetzt gucken wir mal, ob unsere Rabbit-Falle funktioniert hat. Warum leuchtet das da hinten so? Ich glaube, die haben Feuer gebaut, oder? Ich bin gar nicht... Ah, ne, das ist nur die Sonne. So, schauen wir nach unserem Rabbit-Käfig. Kommst du mit, bitte? Ich will nicht... Ja, Moment, ich muss mal... Oh, fuck. Hm? Alter, dein scheiß Ding, das nervt mich hier so. Dein Käfig. Wieso brenne ich ihn dann immer noch? Das mache ich jetzt kaputt, das nervt mich. Komisch, dass man immer so was kaputt macht, ne? Dass man die Sticks wieder nicht wiederverwenden kann. Hm. Ähm, wo hatten wir unser Käfig hin? Ist es so? Ich finde es gerade nicht. Hast du eigentlich diesen Hasenkäfig jetzt wieder kaputt gemacht schon, oder? Den Hasenkäfig habe ich gerade eben, ja. Da habe ich gemeint, eben, das ist schade, dass wir die Sticks wiederverwenden können, dass man da nicht wieder was rauskommt. Ich wusste was, ich meinte, okay. Glaubst du, wir müssen bei der Falle da noch irgendwas reintun, oder so? Da besteht nix dabei eigentlich. Bist du bei der Falle? Ich finde die Falle nicht mehr. Ja, da war sie doch, mein Lieber. Hä, wo denn? Ach da. Hier ist sie. Nee, normal nicht. Es muss einfach klappen. Du darfst nicht dagegen laufen, weil sonst geht es auch zu, ne? Echt? Dachte ich zumindest mal. Nein, ich glaube nicht. Ich stehe drauf. Okay, okay, habe ich getäuscht. Nee, wir können aber mehrere aufstellen, die einfach mal so allgemein fallen. Aber so an Orten, wo wir uns das ein bisschen merken können, das wäre mal wirklich nicht schlecht. Ha. Reh, Reh, Reh. Unbedingt dieses Rabbid-Schweiß. Weh, bei mir waren Reh, aber ich kümmere mich nicht so direkt um die Rehe. Das ist ein Busch, ja. Wo, wo findest du das scheiß, die Rehenfalle? Das ist doch... Ach da, ich hab sie. Ah, da ist ein Totem. Ich zerstör's mal schon. 31 Sticks brauchen wir da. Holy fuck. Warte, wo bist du denn du, dann bringe ich dir mal schon die Sticks. Was ist das? Ach, das ist ein Stuhl. Bei der Höhe kann man sich, glaube ich, ganz gut merken, oder? Ja. Ach, hier ist ja direkt... Ja! Ja! Ist da einer drin? Ja! Und wie kriegen wir den jetzt? Nee, nicht töten, nicht töten! Ich hab ihn! Hast du ihn getötet? Ich hab keine Ahnung. Es sieht so aus. Ich hab ihn... Ich hab ihn... Was, wo ist denn? Ich hab ihn nicht auf die Hand genommen. Ich glaub, du... Ich weiß es nicht. Hihihi. Wat, wat, ähm... Ey, ich baue mal schnell so ein Käfig. Warte, komm. Bei uns. Das... Reh. Naja, bestimmt. Schnell, warte. Bei uns unten. Sollen wir... Oh, bleib da! Sollen wir, ähm, das draußen bauen oder drinnen? Äh... Ich weiß es nicht. Nee, nee. Zu ein Scheiß. Zu ein Scheiß. Der... Der... Ja. Bist er weg. Der Hase, der ist tot. Der ist tot? Ja. Scheiße, wie gehen wir da noch? Oh, Fresh Rabbit. Nee, das ist... Du hast ihn vielleicht zu lange in der Hand gehalten. Nee, ich glaube, da war schon tot... Hä? Okay, wie tut man den lebendig fangen? Ich weiß nicht. Ich baue aber schon mal so ein Käfig. Mal so. Okay. Dann tue ich die Falle nochmal aufstellen. Rabbit Cage. Ich baue die auch mal ein bisschen im Grünen. Ne? Ich brauche wieder einen Stick. Ein bisschen Plätzchen, so Schette, Schatten und ein bisschen Sonne, so, 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 ist gut. Ja, ist gut, glaube ich. Ach, die eine Falle ist ja noch gar nicht fertig. Jetzt habe ich keine Sticks. Ich glaube, ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir langsam zum Abschluss kommen. Weil dann haben wir, glaube ich, unsere 20 Minuten, das wieder schön... Ah, dann lassen wir mal schnell das Ding jetzt erbauen. Spall. Alter, ist das jetzt ein Ernst? Ach, Mann, wie viel brauche ich denn noch? Vier. Ich glaube, da greift mich gerade einer an. Jetzt greift mich einer an. Er guckt mich blöd an. Lange nur schaut. Ich glaube, ich habe ihn für Jagd, weil ich einen Stein geworfen habe. Ist ja cool. Ich versuche gerade noch schnell, die Falle zu machen. Ich brauche noch drei Stück. Hey, du bleibst da, mein Guter. Wieso finde ich denn jetzt keine Sticks mehr? Ach, so, weil ich tue mich ganz gut aufnehmen kann. Ich nehme alles zurück. Ja, wir brauchen hier ein paar Sticks. Unser Stickholder geht leer. Ja, ich versuche gerade die Falle zu bauen. Unser Rabbit Cage ist, ähm, fertig. Wie fängt man dann so ein scheiß Kaninchen? Alle die Steine kann man da aber echt weit werfen. Ja, das ist übel, ne? Krass, ja. Das ist echt krass. Oh fuck, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich brauche Hilfe. Ja, ich bin schon da, ich bin schon da. Was ist das für ein... Der hat zu scheiß Fackeln irgendwie. Ah, der läuft wieder. Komm, den killen wir jetzt. Das ist vielleicht eine gute Sache. Warte mal, warte mal. Komm, den killen wir jetzt steigen. Hast du mich gerade schaum? Stirb. Na, du... Da ist der da ein brennendes... Brennenden Skull. Ja. Hm. Ja. Da ist ein Hase... Ne, ist das ein Eichelchen. Oh, ist das ein Hase? Ne, ein Eichelchen. Ach, sorry, Fleisch. Aber warte, wo ist denn die blüte Falle jetzt? Ich will sie doch fertig bauen. Hä? Ich drück Ader hinten, das ist ja okay. Hast du jetzt eigentlich so ein Ding fürs Bett? Eigentlich? Was Ding? Ja, so ein... Alter, der ist echt, der hat echt... Komm dich näher, komm dich näher! Egal. Voll gerade ein Rekeln. Ne, also ich habe noch kein Hasenfell jetzt. Aber ich habe doch dieses... Den Hasen im... Ich weiß ja nicht. Wieso habe ich da jetzt kein Fell bekommen? Ich habe nur rohes Hasenfleisch jetzt in meinem Inventar, aber kein Fell. Naja, so gut wie es ist jetzt. Ähm, ich glaube jetzt sind wir doch schon mal langsam bei den 25 Minuten oder 20 Minuten. Ja. Ähm, gehen wir runter, oder? Weil die sind auch hinten, das sind schon wieder die Eingeworrenen. Ach übrigens, damit du es weißt, hier habe ich unsere Reveillacad. Ich habe das mal ein bisschen ins Grüne gemacht, weil ich dachte mir, auf Sand ist vielleicht nicht so optimist. Super, ne? Ja. Ein bisschen ins Grüne gehauen. Äh, kann sein, dass die gerade herkommen. Ja. Ich verpiss mich. Ja, komm, gehen wir rein. Unser Stickholder ist leer. Ja, den filmen wir dann gleich mal auf. Was nehmen wir uns eigentlich für die nächste Folge vor? Ähm. Wollen wir das Bett jetzt fertig machen, oder wollen wir es eigentlich... Eigentlich schon. Das war eigentlich schon geplant. Also vielleicht hier doch mal ein bisschen was aufbauen, oder? Ja, mir gefällt die Gegend. Das einzige Nervige ist ein bisschen, dass die halt die ganze Zeit da sind. Aber man könnte sich halt immer mal ausbreiten und vielleicht voll die fette Wall bauen, damit sie nicht mehr kommt. Weil wir können ja auch Verteidigungsanlagen mal bauen. Ja, eben. Das können wir dann auch mal machen. Ja. Weil ich glaube, so die nächsten Nächte, die werden vielleicht nicht mehr so harmlos. Ich glaube, es wird immer schlimmer. Juhu, ich hab Federn. Die sind da. Ja. Die sind da, ja. Oh, ein Vogel ist auf mir. Siehst du das? Sieh, guck, 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 guck. Ja, cool. Kommt der automatisch einfach so her? Ja, ja, der kommt einfach. Cool. Na gut, dann würde ich aber sagen, in der nächsten Folge schlochten wir die vor unserer Haustür mal ab. Und tun mal ein bisschen mehr Nahrung sammeln. Ja. Verteidigungsanlagen bauen. Ja, genau. Vielleicht mein Dach. Ich finde ganz wichtig, ist vielleicht mal so ein Halter, damit das Fleisch trocknet, damit wir ein bisschen mehr Fleisch sammeln können. Ja. Unbedingt. So was. Vielleicht das vielleicht noch vor das Bett. Ja, das Bett. Das Übernachten, das können wir jetzt auch immer erstmal vor, wenn wir das Bett nicht fertig kriegen. Ich weiß nicht, wieso der tot war, der Hase. Ich weiß es nicht. Das ist, ja, irgendwie. Aber ich glaube, wenn wir die Falle wieder aufmachen, dann läuft der weg. Naja. Ich weiß es nicht. Das ist ganz komisch. Vielleicht muss man ihn direkt nehmen und wo reinbecken. Vielleicht hattest du ihn zu lange in der Hand. Das kann natürlich auch sein, ja. Naja. Das werden wir in der nächsten Folge hoffentlich wieder rausfinden. Ja. Halt, ich muss diesen Vogel killen. Ja, nee, nicht durch die Wand schlagen. Da geht alles kaputt. Ich habe den Vogel. Ich habe es mal repariert, ne? Okay, so jetzt. So. Ähm. Ja, dann wieder danke fürs Zuschauen. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir denn noch so machen könnten, dann kackt es einfach. Falls ihr noch irgendwelche Tipps habt. Ansonsten hört man sich dann in der nächsten Folge wieder. Ciao. 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 Vielen Dank.